Moin Leute, Marvin hier. Vielen Dank für das Feedback zum letzten Belou Video. Ich werde noch ein neues machen, das kommt man wahrscheinlich nächst, aber bis dahin geht es jetzt erstmal wieder weiter mit einer weihnachtlichen Folge vom Game Check. Heute mit dem Spiel It's Not About The Aliens, a game by Ian Burnett. Das ist jetzt wohl wieder, okay. Und, ah, ich muss die Sounds echt vielleicht mal ein bisschen leiser machen bei mir. Ich habe die gerade bei mir auf den Kopfhörern und, aha. Ja, ich sollte mir echt mal ein Mischpil zulegen. I have to run. Das dann nennt also laufen. Okay. There's so little time. I need to see my love again. Before one of us ranishes forever. I don't know which of us. But it's going to happen soon. I can feel it. Bis hierhin habe ich gespielt. Bis hierhin. Ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. What? Oh. Da fallen wir. Didn't see that coming. It's a good thing. Humans can't die anymore. Otherwise, this would probably hurt. Hurt. Uff. So, um kurz zusammenzufassen, was da bis jetzt passiert ist. Also, der hier. Der muss seine große Liebe noch einmal sehen, bevor er oder sie für immer verschwindet. Und Menschen können nicht mehr sterben. Und da ist ein Alien. The aliens have been here for decades. They riped out most of humanity in a few months. But something happened. Then, that the aliens did not intend. Irgendwie leckt das Spiel bei mir. Warum auch immer. Soll ich oben oder unten lang gehen? Ich gehe unten lang. Better not go that way. Okay, okay, mir egal. Stimmt, ich kann ja gar nicht mehr sterben. Das ist doch gut, ja. Ha, geschafft. We caught something from them. And it made us never die. But. Yep. There's a big but. Und nein. Damit ist bestimmt nicht der Butt-Gerwein, den ihr jetzt meint. Ihr kleiner Tervers und Schweine. Hallo, ihr seht mich nicht. Hallo. Hallo. Nein. Nicht nochmal. Das leckt mir zu sehr. Ah, hier können wir ja sneaken. Und es ist komplett unpredictable. Young. Old. In danger. In bed. War ja klar, dass wir da jetzt entladen können. Und ich Idiot, nehme 60 FPS auf. Vielleicht könnte es ja da ran liegen. Ja, gut, dann probiere ich das doch einfach mal. So, da sind wir wieder diesmal nur mit 29,95 FPS. Und leckt es immer noch. Ja, es leckt immer noch. Hat mir so doch nichts gebracht. Okay, dann hat nicht. So, da springen wir drauf, da springen wir drauf, dann können wir da hoch. It's like a vacation. Wenn du da kommst, dann kommst du nicht mehr zurück. Und du kommst nicht mehr zurück. geht doch sagt es die sneak sneak jetzt die kettlich dauernd has yet anyway and i'm not too hopeful bis jetzt da rein ich schätze schon something about non-existence ich kann das leider nicht lesen weil das zu schnell ging tend to put a damper on the optimistic outlook at first we thought the aliens were doing it but now we're not convinced they let intelligent they still shooting at us like that's going to do anything das sind die akku da da hoch ich will doch nur da hoch alter wahrscheinlich auch der alien da und macht alles so schwierig die wieder hoch spielen können 2000 years late als jetzt was mich da hoch accept slowest down bekatschung auflesen das lieben gut ein karpi slowdown er ist natürlich jetzt der herr für die den kann nichts aufhalten außer der ex ja ich hatte spaß im leben at least we aliens an and once bohrer epistle gut die schießt man schon mit steuerung auch 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 OH MY FUCKING GOD! OH MY GOD! NO! GET THE CAMERA! NO! NO! Liegt ein kaputter Alien? Okay. Die Aliens erinnern mich irgendwie an... die Aliens aus... Commander Keen. Falls es irgendjemand kennen sollte, ist so ein altes DOS-Spiel. Some have proposed, that the Renished turned into the Aliens. THE Aliens. Verzeihung. Boom. Boom. Also Commander Keen ist so ein ganz altes DOS-Spiel, das hab ich selber gerne mal gespielt. Spiels wo auch teilweise immer noch. Ich hab tatsächlich einen DOS-Immonator, nur dafür bei mir auf meinem Rechner. I don't like to believe that. Ah! 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 Ach das wie gesagt, Der sterbe-sound von den Aliens. Ist schon irgendwie geil. Ah! 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 So, ist wieder hoch, das könnte schwierig werden. Die gehen doch eigentlich noch, die betonung liegt auf noch, ich weiß nicht wie es gleich wird. Aber jetzt gehts doch auch wieder, ich hab 40 fps, geil. War ja klar. Ja, ja, nein. 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 Ich fange auch gleich ans Legden. Seriously? Das ist schon ein bisschen viel. Das ist schon mal, Peter. Da sind noch 1, 2, 3, 4 oder 5 Sprünge. Also von vorne. Ich habe schon, es ist einfach die Zeit hier, wir müssen über dieses Spiel zu philosophieren. Also die Farben, gelb und schwarz. Man findet sie auch auf den Warnschildern für radioaktive Strahlung. Hat es vielleicht etwas damit zu tun? Wurde die Welt von einer radioaktiven Katastrophe vor allem gesucht? Und hat es überhaupt etwas mit den Aliens zu tun? Warum können Menschen nicht mehr sterben? Wegen dem atomaren Unfall? Die wahre Antwort. Sie ist doch so nah und doch so weit entfernt. Also ich denke immer noch, dass das hier Werbung ist von der Galina Verkehrsgesellschaft. Seht ihr auch so ein schwarz-gelbes Logo? Und das sind ja keine Aliens, sondern Fahrkartenkontrolleure. Und was sind die Borussen? Weil mit Fußball kenne ich mich überhaupt nicht aus. Tut mir leid. Wenn ihr auch eine Theorie habt, dann schreibt mir sie doch bitte mal in die Kommentare. Ja, zuerst klicke ich auf Gefällt mir. Und dann schreibe ich runter. Dann schreibe ich einen tollen Kommentar. Oh ja, du hast ja so recht. Ja, ich bin dein größter Fan. Oh ja, du hast ja so recht. Jetzt kannst du dir gerne rein. Willst du dir sagen, mach dich immer Mail. Size mich auch lieber mal auf unexpectedly. Ja, du hast ja so recht. und hab dich einfach Zeit. 浏ne dich wiederhak, wenn wir da kammern. Oh nein, du hast ja. Okay, ich bin schon sehr weit. Ich bin sehr weit. Das könnte doch was werden. Nein! Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ladet euch das Spiel runter. Der Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.